So Leute, der Bitcoin-Preis geht immer weiter nach unten und genau deshalb habe ich beschlossen, eine dringende Sache zu machen. Ich werde nämlich die gleiche Strategie verwenden, die wir damals schon benutzt haben, um den absoluten Boden im Bärenmarkt, also bei 16.000 Dollar zu erwischen. Und genau deshalb bleibt auf jeden Fall vom Anfang bis zum Ende dran. Wir werden über alles Wichtige sprechen, was ihr wissen müsst. Warum wir zum Beispiel nach unten gegangen sind und über ein paar andere wichtige Metriken, die ihr wissen solltet. Und damit willkommen zurück, meine Freunde. Mein Name ist David und ich bringe euch jeden Tag Krypto-Videos und zeige euch, wie man die Geld machen kann. Falls ihr neu auf dem Kanal seid, dann abonniert den Kanal und vor allem aktiviert auch die Glocke. Und was können wir jetzt hier sehen? Naja, wir können sehen, wenn wir mal auf den 4-Stunden-Chart gehen. Hier sind wir, nachdem wir versucht haben, durch die orangene Box nach oben durchzubrechen, bei 63.000 Dollar ganz offensichtlich. Das ist uns nicht gelungen. Stattdessen sind wir hier abgeprallt und wir hatten einen ziemlich signifikanten Pullback nach unten. Tatsächlich sind wir sogar bis zu meiner orangenen Box hier unten bei 58.000 Dollar gegangen. Von diesem Punkt aus kann man sehen, dass wir erstmal einen relativ großen Bounce gehabt haben. Wir sind bis zu 59.000 Dollar gegangen, haben auch über diese orangenen Linie geschlossen. Aber seitdem haben wir einen weiteren Drop nach unten gehabt, haben dieses Level verloren. Und jetzt ist diese orangenen Box bei 58.000 Dollar weiterhin Unterstützung und versucht den Bitcoin-Preis zumindest vorerst oben zu halten. Das ist also eine ziemlich interessante Sache. Und was man auch sehen kann, wenn wir einfach mal ein bisschen rauszoomen, tatsächlich, lasst mich das euch mal hier zeigen. Wenn wir rauszoomen, kann man sehen, dass wir immer noch seitwärts seit Februar laufen. Seit Februar 2024. Allerdings muss man sagen, wir sind mittlerweile an einem ganz wichtigen Punkt angelangt, weil wir können sehen, wir stehen kurz davor, dieses Level zu verlieren. Und das nächste, wirklich richtig wichtige Level auf dem Weg nach unten, das liegt erst hier bei ungefähr 45.000, 46.000 Dollar. Also wenn man sich einfach mal den Chart anschaut. Es gibt allerdings trotzdem noch ein paar weitere andere interessante Sachen, über die wir sprechen müssen, wenn es um meine Strategie geht und um das, was ich persönlich machen werde. Wie ihr wisst, ich benutze natürlich auf der einen Seite meine Trading-Strategien und einige der Bots, die traden eigentlich diese höheren Level. Das bedeutet, die haben bereits schon ziemlich große Positionen aufgebaut und an dieser Stelle bat ich einfach darauf, dass Bitcoin ein Rallye nach oben haben wird. Einige andere Bots traden die Volatilitäten, in der wir jetzt gerade sind, aber dadurch, dass wir nach unten gegangen sind, haben die natürlich immer mehr und mehr Bitcoin akkumuliert und haben auch da eine größere Position nach unten aufgebaut. Abgesehen davon bin ich auch noch in einen Trade eingestiegen, ich glaube das war bei 63.600 Dollar. Auch der ist mittlerweile ein Verlust. Was ich jetzt also mache ist, ich werde mir Marge hinzufügen, um sicherzustellen, dass ich nicht liquidiert werde, weil ich der Meinung bin, dass einige dieser Trades am Ende des Tages wirklich eine der profitabelsten Trades sein könnten, die ich jemals auf diesem Knall gemacht habe. Warum? Naja, dazu würde ich sagen, lasst uns einfach mal ein bisschen zurückgehen, vielleicht ein Jahr oder vielleicht zwei Jahre, eher ein Jahr. Und hier will ich euch eine Sache zeigen. Also, Moment, ich will euch zeigen, was damals nämlich passiert ist, als wir das 30.000 Dollar Level verloren haben. Und was ich euch damals gesagt habe, als wir dieses Level verloren haben, 2022, damals habe ich euch nämlich gesagt, dass ich persönlich auf dem Weg nach unten bei ganz wichtigen Leveln akkumulieren werde. Ich habe also einmal bei 30.000 Dollar einen Kaufauftrag gemacht, dann habe ich einen weiteren bei 23.000 gemacht, als wir bei der Orangenen Box gewesen sind. Wir sind weiter nach unten gegangen und tatsächlich haben wir sogar die 17.000 Dollar erreicht und dann zu guter Letzt habe ich diese Position gehalten und das war wirklich ziemlich lange. Von Mai 2022 und zu guter Letzt im November 2022 sind wir nach unten zu der Orangenen Box bei 15.000 Dollar gegangen. Und das war der Zeitpunkt, wo ich extrem akkumuliert habe. Ich habe also die ganze Zeit meine Position immer weiter aufgestockt. Ich habe immer mehr akkumuliert, je tiefer wir gegangen sind, weil ich der Meinung gewesen bin, dass das hier super, super unterbewertet gewesen ist. Viele Leute haben diesen Trade nicht genommen, weil die einfach Schiss gehabt haben. Ich habe allerdings die ganze Zeit weiter akkumuliert und natürlich war auch alles immer auf diesem Kanal dokumentiert worden. Wir haben also ganz, ganz viel akkumuliert und von diesem Zeitpunkt an sind wir nach oben gegangen und wir haben dann früher oder später dieses Allzeithoch erreicht. Das Wichtigste an der ganzen Sache ist allerdings, dass ich eben von den 30.000 Dollar an bei jeder einzelnen Orangenen Box auf dem Weg nach unten immer mehr akkumuliert habe. Mein durchschnittlicher Einstiegspreis sollte also irgendwo bei 22.000, 23.000 Dollar gewesen sein und dann konnten wir natürlich auf dem Weg nach oben wieder Profite nehmen. Jetzt ist natürlich die Frage, warum zeige ich euch das? Naja, weil ich jetzt genau das gleiche machen werde. Ich denke, dass Bitcoin in diesem Moment ziemlich unterbewertet ist. Wenn man sich mal die traditionellen Märkte anschaut, die jetzt gerade erst gestern ein neues Allzeithoch gemacht haben, die sind die ganze Zeit nach oben gegangen. Und ja, natürlich, wir haben momentan am Markt unfassbar große Angst. Die Leute haben Schiss davor, dass die USA Bitcoin dampen werden. Die Leute haben Schiss davor, dass Mount Gax Bitcoin dampen wird. Es gibt so viel Angst am Markt und jetzt ratet mal, die Angst, die wir gerade am Markt sehen, ist auf dem gleichen Level wie damals bei der FTX-Implosion. Das müsst ihr euch mal vorstellen, die Miner kapitulieren und zwar während dem gleichen Level der Angst wie damals bei FTX. Und nochmal, bei FTX, das war der Zeitpunkt, wo wir dieses 16.000 Dollar Level für Bitcoin erreicht haben. Wir können also sehen, diese ganz extremen Events, das sind meistens, eigentlich fast immer die besten Kaufgelegenheiten. Okay, was glaube ich denn jetzt, was passieren wird? Glaube ich, dass wir hier durch die orangenen Box nach unten durchbrechen werden? Ich glaube tatsächlich, die Chance ist relativ groß, dass die orangenen Box halten kann. Aber natürlich müssen wir uns auch darauf vorbereiten, dass wir diese Box verlieren könnten. Und zu welchem Zeitpunkt, zu welchem Level wäre dann das Level, wo ich persönlich große Unterstützung erwarte? Naja, die nächste große wäre bei 51.000 Dollar. Und was ich persönlich machen werde, ist, ich mache genau das gleiche wie damals, als wir bei 30.000 Dollar nach unten durchgebrochen sind. Damals habe ich ja bei 22.000 und bei 16.000 Dollar akkumuliert. Und genau das gleiche mache ich jetzt auch. Ich sage nicht, dass wir auf jeden Fall zu irgendeinen dieser tieferen Level gehen werden. Aber sollten wir da hinkommen, das ist der Zeitpunkt, wo ich persönlich noch mehr Bitcoin akkumulieren werde, weil ich einfach der Meinung bin, dass Bitcoin jetzt gerade in diesem Moment extrem, extrem unterbewertet ist. Und bei Altcoins, da sieht die Sache ein bisschen anders aus. Da sollte man immer noch vorsichtig sein, weil Altcoins natürlich gerade auch jetzt riesige Token-Unlocks haben. Und ja, Altcoins werden irgendwann einen richtig, richtig schönen, heftigen Bounce haben und vor allem auch die größten Gewinne für uns liefern können, irgendwann in diesem Zyklus. Aber ganz allgemein glaube ich, dass wir erst einmal noch seitwärts laufen werden, möglicherweise noch ein paar Wochen innerhalb einer Range. Und dann später, vielleicht Ende Juli. Ja, das ist der Zeitpunkt, wo ich denke, dass wir wieder nach oben gehen könnten für Bitcoin. Aber bis dahin werde ich auf jeden Fall weitere Kaufaufträge hinzufügen. Eine habe ich ja bereits bei 63.000 Dollar gehabt, wie man sehen kann. Was ich jetzt machen werde, ist, hier in der Orangenen Box werde ich etwas machen, dann hier bei 55.000 und selbstverständlich nochmal ein paar richtig große Beträge bei 50.000. Ich sage nicht zu 100 Prozent, dass wir da nach unten gehen werden. Aber sollten wir da hinkommen, dann werde ich auf jeden Fall weitere Bitcoin akkumulieren. Und dann mache ich das Stück für Stück auf den Weg nach unten, sollten wir noch weiter nach unten gehen. Ich zeige euch natürlich, wie immer, alles auf diesem Kanal. Lasst uns mal abwarten, ob das profitabel sein wird oder nicht. Genauso wie immer bin ich zu 100 Prozent transparent mit euch. Und wie ich die ganze Zeit gesagt habe, auf dem Weekly Chart sind wir momentan am Rangen. Wir laufen seitwärts. Die orangene Linie versucht, den Bitcoin-Preis oben zu halten. Also eigentlich war die mal hier oben. Dieses Level haben wir natürlich verloren. Möglicherweise könnte das jetzt die neue Range sein, in der wir traden. Aber, naja, wir müssen einfach mal abwarten. Man kann auf jeden Fall sehen, dass wir nach unten hin, dadurch, dass wir richtig, richtig fette grünen Kerzen gehabt haben, da ist das nächste wirklich richtig signifikante Widerstandslevel, wo wir konsolidiert sind bei 44.000 Dollar. Wenn man sich einfach mal die letzte Preisbewegung anschaut. Natürlich, klar, wenn wir einmal zu den ganz alten Leveln zurückgehen, dann haben wir hier noch eine gewisse Konsolidierung. Aber eine andere Sache, die gestern passiert ist, ist, dass wir gestern etwas Hebel aus dem Markt gespült haben. Jetzt nichts wirklich Signifikantes, lediglich ein paar kleine Liquidierungen, die wir auf dem Weg nach unten gehabt haben. Jetzt gerade muss man natürlich sagen, ja, eigentlich gibt es keine allzu großen Hebel, die man jetzt hier nach unten rausnehmen könnte. Allerdings, hier oben könnte man, sollte Bitcoin wirklich einen schönen Pump haben, noch einmal ein paar Short-Squeezes haben. Aber natürlich, da müssten wir bis auf 61.000 Dollar gehen und dieses Level hier rausnehmen. Das könnte auf jeden Fall zu einem Short-Squeezes und einem Pump nach oben führen. Bis dahin ist es allerdings noch ein weiter Weg. Wir sind einige Tausend Dollar davon entfernt, 2.000, 3.000 Dollar. Dann, was die letzten 24 Stunden angeht. Hier haben wir fast 300 Millionen Dollar an Liquidierung gehabt. Und selbstverständlich, das ist natürlich auch einer der Gründe, warum wir so einen relativ starken Dump nach unten gehabt haben. Das ist natürlich auch von den ganzen Hebeln, also von Longs, die liquidiert wurden, sind angefeuert worden. Aus diesem Grund sage ich euch auch immer, wenn ihr Hebel benutzt, solltet ihr unbedingt vorsichtig sein. Aber ich zeige euch auf jeden Fall meinen Trade. Lasst uns einfach mal abwarten, ob der genauso profitabel sein wird, wie der, den wir damals bei 16.000 Dollar eingegangen sind. Und selbstverständlich, falls ihr selber traden möchtet, dann gibt es die besten Einzahlungsboni unten in der Videobeschreibung. Bei Bybit bis zu 30.000 Dollar, dann bei OKEx bis zu 60.000 Dollar und auf BitGet gibt es mit meinem Link auch noch einmal bis zu 40.000 Dollar. Im Großen und Ganzen war es das dann auch schon für das heutige Video. Wie immer, vielen Dank, dass ihr dabei gewesen seid und wir sehen uns dann im nächsten Video.